Was sind in der Kardiologie R-Wellen? Eine R-Welle ist eine auf einem Elektrokardiogramm angezeigte Aufwärtsablenkung. Während eines Elektrokardiogramms wird der Herzrhythmus über an der Haut befestigte Elektroden auf Millimeterpapier aufgezeichnet. Die im Elektrokardiogramm gezeigten Wellen oder Ablenkungen werden nach dem Buchstaben P, Q, R, S und T benannt. R-Wellen sind die erste Ablenkung nach oben innerhalb einer Reihe, die als QRS-Komplex bekannt ist. Als Teil des QRS-Komplexes ist eine R-Welle ein wichtiger Indikator für die Herzgesundheit. Kardiologen und andere Angehörige der Gesundheitsberufe analysieren Elektrokardiogramme, um verschiedene Herzerkrankungen zu diagnostizieren. Einige häufiger Ursachen für R-Wellen-Anomalien bei einem Elektrokardiogramm sind eine dünne Brustwand oder Fettleibigkeit. Ersteres führt zu einer vergrößerten R-Welle und letzteres zu einer kleineren R-Welle. Das R-Welle-zu-R-Wellen-Intervall zeigt die Umkehrung der Herzfrequenz des Patienten. Der Abstand zwischen der P-Welle und der R-Welle innerhalb des QRS-Komplexes wird als PR-Intervall bezeichnet und dauert normalerweise 120 bis 200 Millisekunden. Das PR-Intervall ist ein guter Indikator für die Funktion eines AV-Knotens, die Zeit, die ein elektrischer Impuls benötigt, um vom Sinusknoten durch den AV-Knoten in die Ventrikel zu gelangen. Abweichungen in der Dauer der PR-Intervalle weisen auf bestimmte medizinische Probleme hin. Längere PR-Intervalle deuten auf einen Herzblock ersten Grades hin. Das Erhöhen der PR-Intervalle, gefolgt von einem eventuellen QRS-Abfall, könnte auf einen Block zweiten Grades hindeuten. PR-Segmenteinbrüche zeigen Perikarditis oder Vorhofverletzung. Das Wolf-Parkinson-White-Syndrom wird häufig durch ein kurzes PR-Intervall angezeigt. Das Wolf-Parkinson-White-Syndrom wird durch einen abnormalen elektrischen Strom verursacht, der zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln fließt, und führt häufig zum plötzlichen Herztod. Ein schlechter Verlauf der R-Welle in einem Elektrokardiogramm kann auf mehrere Probleme hinweisen. Wenn das gesamte Elektrokardiogramm jedoch normal ist, kann das Fehlen von R-Wellen eine normale Variante sein. Mögliche Herzprobleme sind Linksherzhypertrophie, Linkschenkelblock, Anteriorer oder Anteroseptaler Myokardinfarkt, Emphysem, chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Pneumotorax. In einem Bündelzweigblock enthält der QRS-Komplex eine zweite R-Wellenablenkung. Dies ist das RSR-Muster. Die zweite R-Wellenablenkung wird als R-Prime bezeichnet. In einem Abzweigblock für ein rechtes Bündel ist typischerweise ein großes, breites RSR-Muster im Elektrokardiogramm zu sehen. Hohe R-Wellen zeigen eine starke rechtsventrikuläre Hypertrophie an, wenn sie in bestimmten Ableitungen des Elektrokardiogramms gesehen wird. Ein hinteren Myokardinfarkt oder eine Pause im Sinusknoten kann auch zu hohen R-Wellen führen. Die Physiologie von Hemiblocks, wie ZB des linken vorderen, oberen oder linken hinteren Faszikularblocks, führt zu großen R-Wellen.